Dieser Film von Jean-Luc Godard, offizieller Beitrag Frankreichs bei den Filmfestspielen in Venedig, war 1965 die Sensation des berühmten Festivals. Der Farbfilm 11 Uhr nachts schlug wie eine Bombe ein und entfesselte die erregtesten Diskussionen. Jean-Luc Godard, das Enfant Terrible des französischen Films, wusste mit seinem Film aufs Neue zu schockieren und zu verblüffen. Nach einem Bestseller der schwarzen Serie inszenierte Jean-Luc Godard einen harte Wellekrimi in einer sensationellen Verfilmung. Die kühn geführte Kamera von Raoul Coutard schuf Szenen von atmosphärischer Dichte und einprägsamer Faszination. Schauspielerische Glanzleistungen charakterisieren diesen Film. Frankreichs männlicher Filmexport Nummer 1 und Weltstar Jean-Paul Belmondo ist als Pirole Fou der bisher unbescholtene Mann im Bann einer jungen, skrupellosen Verführerin. Anna Carina verkörpert sie. Schön, schillernd, leidenschaftlich, eiskalt und durchtrieben. 11 Uhr nachts, das ist ein explosiver Action-Farbfilm, der zeigt, wie Menschen in den gefährlichen Sog verbrecherischer Machenschaften gerissen werden. 11 Uhr nachts, das ist ein Farbfilm, der das erregende Abenteuer in einer bisher noch nicht gezeigten Form behandelt. 11 Uhr nachts, nach dem Kriminalroman Le Démont Danseur von Lionel White, ist der einmalige Action-Film, der Sie vom ersten bis zum letzten Meter in seinen Bann ziehen, der Sie erregen und begeistern wird. 11 Uhr nachts werden Sie in Kürze hier sehen.